Von 2002 bis 2019 haben wir in diesem kleinen Fachwerkhaus gewohnt, das ich in den Jahren davor restauriert hatte. Beim Auszug konnte ich nochmal das ganze Haus im Film festhalten, was eine gute Grundlage für einen Gesamtüberblick über die Restaurierung und ihr Ergebnis darstellt. Ich beginne hier also mit einem Rückblick über die ersten Arbeiten. Gekauft hatte ich das Haus im Jahr 1999, weil ich es hübsch und wohlproportioniert fand und es nicht allzu teuer war. Natürlich hatte ich wenig Ahnung, worauf ich mich da baulich einlasse, doch das ist ja immer so. Man versteht erst mit der Zeit, dass der Weg zum unverwechselbaren eigenen Restaurierungserfolg unausweichlich mit unverwechselbarer eigener Restaurierungsarbeit erkauft werden muss. Die Haustür führte vom Garten aus in einen großen Vorraum mit kleiner Toilette-Site ab. Beides lag noch in einem Anbau von 1949 an das ursprünglich kleinere Haus. Von dort ging es weiter in den ursprünglichen Hausflur, von dem, wie üblich, Küche und Wohnstube zu erreichen sind. Die Küche ist nur sieben Quadratmeter groß, weiter verkleinert durch den Schornstein im Eck. Das Wohnzimmer daneben hat immerhin elf Quadratmeter und zwei große Fenster nach zwei Seiten. Später fanden wir sogar noch ein vermauertes drittes Fenster. Im Obergeschoss war der Zustand noch älter. Hier fand wohl um 1900 die letzte Renovierung statt. Ausnahme waren die neueren Türstöcke und die um 1950 eingesetzten Fenster. Die Lampe hier auf Augenhöhe vermutlich Jugendstil, die Deckenhöhe war 1,75 Meter. Alle Innenwände waren noch im unveränderten Original als reine Flechtwachwerkwände erhalten. Die Treppe ins Dachgeschoss hatte jemand mal durch eine Einschubtreppe ersetzt. Dort im Dachboden befand sich eine roh aus Brettern errichtete Kammer in Richtung Giebelfassade. Die war innen schön verputzt und bemalt. Man konnte sogar noch erkennen, wo dort mal Bett und Ofen gestanden hatten. Die Kalkfarbe der Wand war zum Beispiel über Betthöhe abgewetzt vom Bettzeug. Herumliegende Reste von Seegras waren ein Hinweis, woraus damals üblicherweise die Matratzen bestanden. Vom Garten aus konnte man aber nicht nur ins Haus, sondern rechts neben der Haustür auch in einen abgetrennten Teil des Anbaus gelangen. Dieser Raum diente in erster Linie der Brennholzlagerung. Von dort konnte man auch mit einer Leiter in den Dachraum des Anbaus steigen, wo noch allerhand Gerümpel herum lag. Man konnte von hier aus aber auch sehr schön sehen, wie der Anbau an das alte Haus drangehängt worden war. Insbesondere verrieten die hier noch erhaltenen kleinen Fenster der ehemaligen Außenwand, wie die Fensteröffnungen einst ringsum gestaltet gewesen waren. Unterhalb des Anbaus liegt auch der einzige Kellerraum des Hauses. Da der Keller 50 cm aus dem Boden herausragt, liegt der Raum im Anbau höher als der Rest des Erdgeschosses. Der Keller wurde in minimalistischer Weise aus Stampfbeton mit äußerst dünner Decke hergestellt und ist gerade mal 1,75 m hoch. Doch immerhin lag hier ein funktionsfähiger Wasseranschluss, der versorgte die Klospülung und den einzigen Wasserhahn in der Küche. Ein Bad gab es ja nicht, man badete einmal monatlich im Blechbottich im Garten. Soweit schien es, als könne man mit ein paar Handgriffen zunächst eine durchaus wohnliche Übergangssituation schaffen und um mehr ging es mir zunächst auch nicht. Doch was dann kam, ist typisch für alle solchen Vorhaben. Man schlägt hier mal kurz probehalber ein kleines Stück Verputz ab und hebt dort mal interessehalber die Bodenbretter hoch, schon ist man mitten in den ersten umfangreicheren Arbeiten. Und je mehr man freilegt, desto mehr will man erneuern. So ergibt sich eine Arbeit nach der anderen und dann kommt der Punkt, an dem man erkennt, dass man jetzt auch schon so viel verändert hat, dass man nicht mehr zur Minimallösung zurückkehren kann. So riss ich in drei Monaten alles heraus, was meiner Meinung nach nicht zu dem Haus gehörte. Dann kehrte ich sauber aus, dokumentierte den Zustand und überlegte. Ohne fachlichen Rat ist man aufgeschmissen, sagen alle. Doch mit dem fachlichen Rat, den ich erhielt, war ich nicht einverstanden und so musste ich meine eigenen Lösungsansätze entwickeln. Das lag vor allem daran, dass sich niemand vorstellen konnte, von dieser ärmlichen Bausubstanz überhaupt noch etwas zu retten. Das war nicht ganz unbegründet. War das Haus doch, wie sich alte Leute auf dem Dorf ausdrückten, gebaut worden, indem man die Brennnessler umtrappt und ein paar Steunernagschmisser hat. Nach meiner Recherche wurde das Haus um 1800 als Wohnhaus und Werkstatt für einen Schuhmacher erbaut. Also nicht von wohlhabenden Bauern, sondern von einem eher armen Handwerker. Den Sparzwang spürte man an allen Bauteilen des Hauses. Also musste ich behutsam vorgehen und da merkte man mit der Zeit, dass es sich lohnt, sich in handwerklicher Hinsicht sehr genau in die alte Substanz hineinzudenken. Im Grunde ist das Haus nämlich nach durchaus bewährten, traditionellen Methoden erbaut worden und hat einen klaren strukturellen Aufbau. In die 40 cm starken Erdgeschossmauern aus Ziegelsteinen sind sauber angeschrägt die Fensterlaibungen eingeschnitten. Obenauf kommen erst drei Längsbalken, bezogen auf die Fürstrichtung, dann die Deckenbalken. Ein dünner Dielenbelag bildet den Obergeschossboden. Die drei Öffnungen darin sind für die Treppe, die Rauchhaube der Küche und einen Warmluftdurchlass von der Stube zur Schlafkammer her ausgespart. Darauf wieder die Schwellen des Obergeschossfachwerks in Längsrichtung. Quer dazu das Fachwerk der Giebelwände. Innen dann noch weitere Wände, die zwei unterschiedlich große Kammern abtrennen. Alle Innenwände sind organisch in das Raster des Fachwerks eingebunden. Die Räume der drei Längswände bilden dabei zugleich das Auflager für die nächsten Deckenbalken. Diese sind gleichzeitig auch die Zerrbalken des klassischen Dreiecksdachs. Durch den Dachraum verlaufen zusätzlich Längsrähme, die auch in die Giebelwände eingebunden sind. An den Ständern sind sie schräg verstrebt. Die Sparren des Dreiecksdachs sind mit Kehlbalken verbunden, die auf den Längsreimen aufliegen. Auf den Sparren dann die Lattung mit Bieberschwanz-Einfachdeckung. Ursprünglich war das Haus ein Doppelhaus in identischer Bauart. Nach Westen setzte es sich noch weitere 8,5 Meter fort, doch dieser Teil wurde um 1900 durch einen Neubau ersetzt. Am damaligen Dorfrand gelegen, stand das Haus direkt an einem kleinen Bachlauf, der aus dem nahen Dorfteich entsprang. Einer sicher nicht ganz falschen Eingebung folgend, begann ich im Haus ganz unten mit der Restaurierung und arbeitete mich dann nach oben vor. Das erste Problem war das Fundament, genauer gesagt dessen Fehlen. Zwar gilt hier natürlich, wenn das Haus 200 Jahre lang ganz gut auch ohne Fundament stand, kann man das eigentlich auch so lassen. Aber der Erdgeschossboden ist durch nachträgliche Erhöhung des Straßenniveaus direkt am Haus jetzt tiefer als dieses und die Abdichtung gegen Wasser von draußen erfordert dann doch das Untergraben der Wände. Ich dachte mir ein System aus, mit dem ich von innen immer etwa einen Meter breit aufgraben, Beton einbauen und neu hochmauern konnte. Die Mauern erhielten einen im Querschnitt L-förmigen Betonfuß. Dessen vertikaler Teil half beim Abdichten nach außen und steifte die Sache hervorragend aus, ohne dass ich weit nach unten graben musste. Im Mauerkern brachte ich sogar 4 cm Styropor, durch Ankleben an die Dichtfläche unter. Der harte, moderne Außenputz hielt die Außenschale der Ziegelmauer gut zusammen, sodass da wenig herunterfiel. Mit der nur schlecht nach außen verbundenen Innenschale war es oft schwieriger. Gerade unter den Fenstern kam meist alles herunter. Das lag daran, dass die Erbauer des Hauses nur schlechtes Steinmaterial aus Abbrüchen verwendet hatten. 90% halbe Steine und sehr wenig Binder. Beim Auseinanderbauen der Wände fielen mir auch einige abgerundete Steine in die Hände, deren Herkunft mir erst rätselhaft war. Ich fand aber an den Resten der Ulmer Stadtbefestigung aus dem 17. Jahrhundert genau diese Steine als Gesimmsbänder eingebaut. Nach einigen Nachforschungen passte alles zusammen. Als Napoleons Truppen 1801 die Stadt Ulm einnahmen, war die Schleifung der Festung der Stadt befohlen worden. Zahlreiche Bauern aus dem Umland wurden hier zwangsverpflichtet. Das Steinmaterial wurde dann je nach Qualität zu unterschiedlichen Konditionen abgegeben. Mit Napoleons Machenschaften hat das Haus kurze Zeit später nochmals zu tun bekommen. Bei der Einquartierung der französischen Truppen im Dorf im Vorfeld der Schlacht von Ober-Elchingen 1805 verlor in unserem Garten offenbar ein französischer Soldat diese kleine Hohlkugel. Als frühe Form der Handgranate oder als Bombe für einen kleinen Mörser verwendbar. Doch zurück zur Restaurierung. Die vielen Grabearbeiten waren mühsam. Vor allem durfte ich nicht wild im Boden herumhacken, um die vorhandene Bodenpressung durch die bisherige Last nicht aufzulockern. Irgendwann war ich dann so weit, dass ich alle Mauern unterfangen hatte und den Boden dazwischen auf ein einheitliches Niveau abgegraben hatte. Dann wurden durch Einbauen von 8 Kubikmetern Beton alle Fundamente zu einer großen Betonplatte verbunden. In der Bodenplatte brachte ich natürlich allerhand Leitungen und Leerrohre unter. Das Betonieren war aufregend, schließlich gibt es da ab einem gewissen Punkt kein Zurück mehr und die Sache muss einfach gelingen. Nach oben hatte ich auch schon vorausgeplant. Da die Wände teils kippgefährdet waren, an einer Stelle bauchte sich das Haus um 20 cm aus, dachte ich mir ein zusätzliches Betonskelett in Vertikalschlitzen in der inneren Mauerschale aus. Im Nachhinein betrachtet vielleicht etwas aufwendig, aber ich wollte eine zuverlässige, aber unsichtbare Lastabtragung für die Aufdoppelung der Obergeschosswände haben. Die Fachwerkwand dort war ja nur 16 cm stark und in schlechtem Zustand. Ich betonierte einen Ringanker unmittelbar auf den oberen Abschluss der Innenschale der Erdgeschossmauer. Das war auch dafür praktisch, die Deckenbalken im Bereich der Fenster und der Tür, die nur noch schlecht im verfaulten Fachwerk außen auflagen, einfach an den Ringanker unten dran zu hängen. Die Innenmauer des Obergeschosses erbauten wir wiederum aus Abbruchmaterial. Die neue Innenmauer ist in vieler Hinsicht eine gute Lösung. Sie dient der Aussteifung, dem Lärmschutz, bildet einen Wärmespeicher und ermöglicht das Verstecken von Installationen. Nebenbei war auch praktisch, dass ich das marode äußere Fachwerk erstmal in Ruhe lassen konnte und zunächst von innen her alles in Ordnung bringen konnte. Die Fenster wollte ich auf die alten Positionen im Fachwerk zurückversetzen. Daher stimmten die Fensteröffnungen innen erstmal nicht mit den Fenstern außen überein, was ein bisschen so wirkte, als wüsste ich nicht, was ich tue. Die Innenmauer erhielt hinter den oberen Fachwerkrähmen dann wieder einen Ringanker. Und damit war vom Fundament bis zur Dachtraufe das Haus wieder stabil geworden. Von außen war von allen Arbeiten allerdings nur wenig sichtbar geworden. Was dort dann noch zu tun war, davon handelt ein weiteres Video.